Hi, hier ist AffinityJack und heute zeige ich euch den märchenhaften, verträumten Orton-Effekt im Wald. Man sieht in letzter Zeit diesen Effekt öfter, er ist gerade im Trend und deshalb habe ich mich mal damit beschäftigt und habe Verschiedenes bei herausgefunden. Ich zeige euch mal den Ursprung. Michael Orton ist ein Fotograf, der zu Analogfotografiezeiten diesen Effekt erfunden hat. Also man kann, wie man sieht, ich bin auf der Seite von Michael Orton, letztlich verschiedene Stile damit erreichen. Also hier sieht man schon einen relativ abstrakten Stil, der auf jeden Fall sehr stark ist, aber der bekanntere Stil ist sicherlich dieser hier, bei dem einfach die Highlights weich gezeichnet werden. Ich zeige mir noch die anderen, die er hier vorstellt. Hier wird wieder abstrakter und hier so, wie man es im Prinzip von anderen Fotografien her kennt. Dann wollte ich natürlich wissen, wie macht man das? Dazu bin ich erstmal auf Wikipedia gegangen, wer er überhaupt ist und was er so macht. Und da fand ich sehr interessant, dass auf Wikipedia bereits die Anleitung steht, wie man den Effekt herstellt. Wohlgemerkt zu Analogzeiten. Und insofern mein erster Vorschlag. Wir halten uns mal an diese Anleitung und setzen jetzt den Ordneffekt auf die klassische Weise um. Um das Ganze jetzt aber trotzdem digital umsetzen zu können, sollte man das Bild erstmal vorbearbeiten. Also so kam das Foto als Raw-Datei aus meiner Kamera und ich habe eine kleine Vorbearbeitung durchgeführt, um die Belichtung und so weiter ein bisschen anzupassen. Sonst habe ich nicht viel daran gemacht. Und wenn man das getan hat, dann könnten ja möglicherweise hier mehrere Ebenen entstehen. Wichtig ist, dass ihr es dann einmal alles rastert oder eben als neue Datei exportiert. Denn dieser Effekt geht im Prinzip nur, wenn man eine Pixel-Ebene darunter hat und nicht lauter weitere Einstellungsebenen. Diese Hintergrund-Ebene möchte ich jetzt unangetastet lassen, einzig und allein aus dem Grund, damit ich euch später vorher nachher zeigen kann. Also insofern gehe ich jetzt so vor, wie es auch in der Anleitung steht und kopiere diese Ebene zweimal. Denn wir brauchen jetzt zweimal, im analogen Sinne gedacht, Fotos. Diese beiden Ebenen, Schrägstrich Fotos, gruppiere ich jetzt mit Command und G zu einer Gruppe und nenne die mal Klassik. Da ich nachher ja noch eine weitere Variante zeigen möchte, kopiere ich mir jetzt diese ganze Gruppe gleich nochmal und die nenne ich dann für später Variable, wo ich dann also eine zweite Variante zeigen werde. Dazu kommen wir aber eher später. Insofern gehe ich jetzt in diese klassische Variante rein, brauche jetzt das obere Foto nicht, sondern nur das untere. Nun hat er gesagt, dieses Bild soll doppelt überbelichtet werden. Also genau genommen ein, um zwei Stops überbelichtetes Foto ist hier die Grundlage. Also nehme ich eine Anpassungsebene Belichtung und nehme hier exakt den Wert 2 und nun ist es um zwei Stops überbelichtet. Also ich neste das Ganze mal hier drauf oder Clippen mit Photoshop-Wache gesprochen, damit es sich wirklich nur auf dieses Foto 1 auswirkt. Ich nenne diese Ebene jetzt mal zweifach, denn wir haben das Ganze zweifach überbelichtet. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Foto. Das nenne ich jetzt mal Einfach und Glow. Dazu werde ich das jetzt erstmal aktivieren und auch dieses Bild soll ja überbelichtet werden, allerdings geringer, nämlich nur um einen Stopp. Das muss ich jetzt hier erstmal hier wieder so reinnesten und dieses Bild, das soll jetzt weich gezeichnet werden. Dafür haben wir einen Live-Filter, Gauze Unschärfe und jetzt gilt es, dieses Bild weich zu zeichnen. Also eigentlich zerstört man sich ja jetzt damit das Bild und es ist jetzt gerade schwierig sich vorzustellen, was man später eigentlich mal technisch erreicht. Aber dazu werde ich noch kommen. Jetzt stellt sich nur die Frage, welchen Wert man nimmt. Es ist eigentlich jetzt zu dem Beginn gar nicht so wichtig, weil wir haben ja einen Live-Filter. Das heißt, wir können hier jederzeit völlig destruktiv wieder hineingehen und das Ganze verändern. Aber als Anhalt, es gibt Leute, die sagen, es ist egal, einfach nach Gefühl. Nun hat man hier zu Beginn vielleicht nicht so das Gefühl. Und dann gibt es Leute, die sagen, man soll den halben Pixelwert der Kamera haben. Also in meinem Fall, ich habe ja eine 24 Megapixel-Kamera, wäre das dann ungefähr 12. Dann gibt es Leute, die sagen, man soll den Wert der Kamera nehmen. Das ist das, was ich jetzt auch erstmal tun werde für das Erste. Es gibt auch Leute, die sagen, man soll den doppelten Wert nehmen. Also wie auch immer, ihr habt es mal gehört, ihr sollt es einfach mal bei euch ausprobieren. Nun sieht man ja, dass man so einen Rahmen bekommt, einen Rand, wo sich die Schärfe nicht auswirkt. Das klickt man einfach mit Transparent übernehmen und dann funktioniert es. So, und nun soll das obere Bild mit den entsprechenden Anpassungen und den unteren Bild mit der entsprechenden Anpassung vermischt werden. Und zwar, er hat geschrieben multiplizieren. Dann machen wir das mal. So, fertig ist der Orden-Effekt, wenn man ihn klassisch in voller Stärke anwendet. Also in voller Stärke muss ich jetzt noch ein bisschen korrigieren. Und zwar, wir haben ja eben gesagt, man kann diesen Pixelwert hier erstmal schon mal verändern. Dann sieht man, was passiert. Aber das alleine ist es nicht. Denn was hat er jetzt gemacht? Mit dem Multiplizieren hat er im Prinzip die Bilder übereinander gelegt und insbesondere die dunklen Töne verstärkt. Wir sehen jetzt hier einen relativ abstrakten Effekt, den er ja auch gezeigt hat. Aber die meisten von euch möchten vielleicht gar nicht diesen abstrakten Effekt, sondern einfach diesen Märchen-Look. Und das geht dann eben ganz einfach, indem man sagt, das ist jetzt zu stark, dieser ganze Wert. Ich gehe mal auf die Gruppenebene und gehe jetzt mit der Deckkraft runter. Dann sieht man schon, wenn man es wieder rausnimmt, jetzt hat man die Kontrolle darüber, wie stark man diesen Effekt haben möchte. Ich zeige jetzt mal ein Vorher-Nachher. Und man sieht, dass man jetzt hier auf die klassische Art und Weise diesen verträumten Effekt erreicht hat. Nun gibt es im digitalen Zeitalter natürlich ein paar Möglichkeiten mehr. Also es ist mir schon ein Rätsel, wie er das analog alles so gemacht hat. Wir machen es jetzt mal digital. Und ich habe jetzt das nächste Projekt Variable genannt. Einfach deshalb, weil es hier unglaublich viele Möglichkeiten gibt. Ich arbeite jetzt mal nur mit der unteren Ebene. Also blendere ich die obere aus und nenne jetzt die untere Ebene, also das untere Foto, nochmal Glow. Das heißt, ich werde jetzt hier den Weichzeichner anwenden. Also so wie eben, Gausche und Schärfe. Und ich nehme auch den gleichen Wert, die gleiche Erklärung wie eben. Wie gesagt, auch das kann man hinterher überlegen, wie man es haben will. Transparenz am Rand möchte ich nicht. Also ist das mein Wert. Jetzt klappe ich das Ganze mal auf und sehe, dass das ja genestet ist an diesem Bild. Jetzt überlege ich mal, was hat denn Michael Orton eigentlich gemacht? Also er hat eine Überbelichtung deshalb erzeugt, weil er die Unschärfe ja nur in den Highlights haben wollte. Das kann man auch auf andere Art und Weise machen, nämlich indem man gleich den Blendmodus verändert. Also wenn ich den Blendmodus der Unschärfe verändere, erreiche ich auch diesen Effekt. Und zwar nämlich dann nicht multiplizieren, so wie er es gemacht hat. Das würde dann in dem Fall so aussehen, sondern ich nehme zum Beispiel, wäre möglich, also das ist die Gruppe der Aufhellung, also wo man sich mehr um die hellen Töne kümmert und die dunklen bisweilen sogar gar nicht benutzt werden. Also hier würde in Frage kommen, meiner Meinung nach, negativ multiplizieren. Weiches Licht vielleicht nicht so sehr. Ich nehme mal negativ multiplizieren. Nun habe ich also erreicht, dass insbesondere die hellen Töne besonders von diesem Schein erfasst werden. Allerdings auch die dunklen Töne. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie ich das auf die hellen Töne beschränke. Also ich kann jetzt zum Beispiel hier rauf gehen und sagen, ich möchte den Mischmodus ändern. Also bisher gehen ja sowohl die dunklen Töne hier, als auch die hellen Töne werden durchgelassen. Kann ich das Ganze hier verändern, indem ich sage, nur auf bestimmte Helligkeitswerte. Also wenn ich jetzt hier zu viel rausnehme, sieht man schon, dann geht dieses Glühen wieder weg. Ich nehme auch mal das linear weg und sage mal, dass die hellen Töne ja weiterhin glühen sollen. Die dunklen allerdings nicht. So, wenn ich das jetzt mache, habe ich auch erreicht, dass die Kontraste, die dunklen Töne noch da bleiben. Allerdings sind sie trotzdem angefasst worden. Und dazu gibt es dann eine weitere Möglichkeit, warum ich ja noch eine weitere Ebene habe. Die nenne ich denn jetzt mal Kontrast. Aktiviere sie. Damit ist dann jetzt auch alles erstmal wieder weg, weil sie ja alles überdeckt. Jetzt ändere ich als erstes wieder den Mischmodus. Und zwar diesmal auf weiches Licht. So, ich zeige jetzt alleine durch diese Maßnahme mal ein Vorher-Nachher. Das Glühen ist noch da. Die dunklen Töne kommen jetzt schon besser. Aber auch hier kann man den Kontrast weiter verbessern. Dazu gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich zeige mal. Also man kann natürlich einfach nur Helligkeit und Kontrast nehmen. Und hier den Kontrast entsprechend hochziehen. Also wie man sieht, das funktioniert. Kann man machen. Man hat nur nicht ganz so viel Kontrolle darüber. Dann geht es auch über eine Komprimierung letztlich. Die Tonwertkorrektur. Moment, ich muss die natürlich hier drauf nesten. Sonst gibt es verfälschte Aussagen dazu. Ich kann auch hier die Gesamthelligkeit verschieben. Die Weißtöne würde ich jetzt mal nicht mehr so sehr anfassen. Aber ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, die dunklen Töne sollen dunkler werden. Also auch diese Methode würde funktionieren. Ich möchte jetzt folgende Variante anbieten. Die Gradationskurven. Also auch die muss ich erstmal gleich wieder nesten. Indem ich sage, ich setze erstmal hier die Punkte, um das zu arretieren. Ich möchte hier ein paar Töne verändern. Also die hellen möchte ich nicht verändern. Aber diese hier. So und da sieht man auch hier jetzt eine deutliche Veränderung. Ich zeige das mal. Was man übrigens auch machen kann ist, wenn man sagt, man möchte aus bestimmten Bereichen, da möchte man dieses Glühen gar nicht erst haben. Dann gehe ich eben hier rauf. Das ist ja letztlich eine Maske. Nehme einen Pinsel. Farbe schwarz. Und male hier per Maske das Ganze wieder raus. Also ich zeige das mal an diesem Baumstamm, der ja doch relativ hell geworden ist. Wenn ich jetzt hier rüber fahre, sehe ich eine Vorschau dessen, was passieren würde. Er würde deutlich dunkler werden. Also ganz raus möchte ich jetzt nicht malen. Das wäre mir jetzt ein bisschen zu doll. Aber ich kann ja mal mit halber der Kraft rangehen und zeige jetzt mal hier, wenn man das hier so macht, wie sehr sich das dann verändert. Und wenn man jetzt sagt, auch hier an diesem Baumstamm zum Beispiel, da soll das Glühen gar nicht sein. Ich mache es jetzt nur mal schnell. Oder hier in diesem Bereich soll es nicht passieren. So. Und das ist das, was ich dann variabel nenne, weil man hat hier verschiedene Möglichkeiten, wenn man einfach verstanden hat, wie dieses Prinzip von dem Orten-Effekt funktioniert. Aber nichtsdestotrotz, deswegen möchte ich natürlich den überhaupt nicht verunglimpfen, ist ein großer Künstler, der sich das hat in der Analogfotografie einfallen lassen. Das wäre die klassische Variante und das eine variable Variante. Ich hoffe, ich konnte euch dadurch ein bisschen inspirieren, zum Beispiel in den Wald zu gehen. Da klappt es nämlich ganz besonders gut. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Affinity Jack.